ok so dann ein neues spiel das heute mal ein erwachsenen spiel den everyone so game engine die war wieder fürs rennen nehmen wir jetzt militär action erwachsene auf dem pc ach so die engine die engine nicht so das nennen wir dann solcher shooter natürlich grafik langsam an höchsten shooter aber wir nicht so können wir nebenbei ist der fließt nein landet auf planet gg sag mal sicher dass du dich gar nichts heißt wo die wunderschöne interview ja natürlich so da ja naja ein bisschen soll ja nicht heißen so 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 publis an interview with crime against according to the interview of the company is working on its first game targeted at major players is that our owner and CEO of crime against nicht wirklich said we think that players are looking for more major content in games and we are willing to take a wish to give it to them your so 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 ok basic sounds ich generiere hype die leute freuen sich drauf nicht dass das ein schuss im ofen wird der will aber noch kein urlaub der ist hier top dabei so die bugs ausbauen das ja design punkt techno design halb 13 sieht gut aus nämlich nicht dass es ein schuss im ofen wird sehr schön sehr schön ich bin schon wieder ganz knapp in der miese aber 10 was zur oi 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 da werde ich gleich neues spiel erst meine kasten der neue engine ähm muss sonst irgendwie raus halt nicht save game ist gut story jo oi shooter engine 1 ach du bist auch schon wieder vom urlaub zurück was kommt denn jetzt auf den markt wiener schon wieder oi 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 mit 73.000 verkauften das geht auch so 100 engine so die neue shooter engine ist komplett dann gleich ein neues spiel soldier shooter 2 ich bin fies ich weiß so militär action wieder der pc und diesmal die shooter engine neue grafik save games lineare story ein bisschen mit wieder dialoge einbauen natürlich mono sound klingt besser langsam geht es mir wieder dreckig so wachs ausmerzen und da sind die bugs raus und technologie punkt ja bevor ich wieder pleite bin jawohl k.i. ist aufgestiegen der sound mein level sehr gut ah ich kenne jetzt eine bessere k.i. entwickeln na das war es dann wohl nicht naja immerhin in der fünfer wertung wahrscheinlich weil ich gerade den markt so überschwemmt habe naja habe ich mir fast gedacht das werden die leute nicht wirklich kaufen deswegen werde ich jetzt gleich ein neues spiel entwickeln oder moment ich habe ein paar research punkte ich könnte mal ähm neues topic was nehmen wir denn hospital surgery und hospital ist so das gleiche das geht nur das ah dann nehmen wir sci fi so und währenddessen wirst du den joystick komm verkauft die verkauft ich bitte 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 die maus ist entwickelt worden so schnell mal kontakt wird aber ja n n n n n n n n n was heißt denn zu 18.000 alter ich habe keine kohle mehr so dann wollen wir jetzt ganz schnell mal ein neues spiel für jedermann sci-fi ein sci-fi strategie für 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 den master so sci-fi wie können wir das denn noch eine strategie nennen wir es amada abzug ich darf bis minus 200 alles klar so strategie kann ein bisschen story ja weil wir legal gehandelt haben haben wir 40.000 gewonnen allerdings fängig fans verloren weil wir die ja nicht bestraft haben die anderen na gut ich hoffe mal dass wir kein problem mit den raubkopierern haben werden aber in zukunft also kein großes problem denn ich besitze spiel wirklich das haben ja die entwickler so eingebaut dass es hier raubkopierern an den kragen geht im wahrsten sinne des wortes die kriegen nämlich dann probleme mit virtuellen raubkopierern und geben bankrott ja nein nein jetzt ja ja so plopp raus damit mit amada open world cool 102 research punkte also eine 7,9 würde ich das jetzt nennen wenn ich jetzt mal in die spieler sieben 7,75 na gut das war 5,25 9,25 also das hat reingehauen so dann laufen wir weiter 51 fans ja ich hab ja ein paar verloren 110 110 110 hey jetzt geht's hoch jawoll wir können ja hier vielleicht nochmal ein bisschen trainieren Ah, hier war ein guter Verkauf. So, ich würde mich auch mal ein bisschen trainieren. Ich glaube, ich mache mal Game Design for Pirates. Ach, der Super Tess kommt raus. So, Armada verkauft sich noch. So, wie geht's mir? Ich habe mir einen Schmerz, ich habe einen Schmerz, ich habe einen Schmerz und ich habe einen Schmerz. Ich habe einen Schmerz.